So, liebe Camping-Freunde, also dann gucken wir mal, was jetzt hier los ist. Hier ist der Eugen. Eugen, servus. Was ist denn hier los, sag mal? Der Ralf Schumacher. Ach, der Ralf Schumacher ist hier online. Servus Ralf, da ist er im richtigen Auto drinnen. Und der fährt er selber auch in der Polo. Genau. Apollo und Helios. Ist ja ein schönes Fahrzeug drin. Sieht schon mal richtig gut aus. Aber jetzt lassen wir erstmal hier die Presse, weil das mag ich nicht so. Ja, klar. So, erstmal frische Luft schnappen, Leute. Da drinnen ist ein Gestank, Eugen. Wir lassen den Ralf jetzt erstmal in Ruhe. Der hat jetzt natürlich einen Haufen Pressetermine, da ist jetzt natürlich aufgefahren, was geht. Da kommt so ein billiger YouTuber wie ich natürlich nicht, am Zug will ich auch nicht. Du hast doch unter Druck gesetzt. Ja, klar. Nein, wir lassen den Ralf jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe. Der muss jetzt erstmal ankommen. Soll sich erstmal einen Überblick verschaffen und die Interviews geben. Und dann auch nachher noch ein bisschen auf seinem Instagram-Channel. Gibt es noch ein paar Interviews über das Rennen, wo er ja gestern abgesackt worden ist in Spar. Ja. Ist ja leider abgesackt worden wegen Wetter. Und dann würde ich sagen, machen wir das nachher richtig gemütlich. Ja, ja. Das machen wir ein... Machen wir das nachher richtig gemütlich. Ja. In der Zwischenzeit zeige ich euch mal, was es noch so gibt auf der Messe. Und dann später ein Interview mit dem Ralf. Bleibt dran. Jetzt als erstes geht es hier in ein Clever Celebration. Mit Skyroof, mit Aufstelldach und mit einer Doppelsitzbank vorne. Bulfhänger dran. Jawoll. Also macht schon mal einen richtig schönen Eindruck. Ja. Schönes Aufstelldach. Und ähm... Gehen wir mal rein in das gute Stück. Was kostet das Ding? Gucken wir mal hier die Grundausstattung an. Grundpreis 42,9. Und dann haben wir einen Haufen Optionen noch dabei. Okay. Aber das ist natürlich ein Highlight hier. Habe ich so noch nicht gesehen. Die Doppelsitzbank, ja. Zum Drehen. Also das ist noch mal was ganz was anderes. Auch ein schönes Polster, muss ich sagen. Setzen wir uns mal hier hin. So. Also, oh. Alter Schwede. Also da hat man noch richtig Platz. Wahnsinn. Also ich meine, ganz was anderes hier, diese Sitzbank. Also hier können auf jeden Fall zwei hier vorne Fahrer, drei, fünf Leute können hier mitfahren. Ihr seht schon, hier hat es auch noch zwei Plätze. Also hier können fünf Leute mitfahren. Aufstelldach drin, hinten können welche liegen. Also das ist mal was, was Neues. Eine coole Sache. Peter? Du als alter Cleverfahrer. Hier Spaghetti, unsere Spaghetti-Insel. Spaghetti-Kochfeld. Mit Vietzerzündung. Dann haben wir hier ein kleines Spielzeug. Sag jetzt mal, guck mal wie dünn das ist. Aber es ist okay. Es macht eigentlich einen relativ stabilen Eindruck. Haben sie gut gemacht eigentlich. Gewichtssparend einfach. Da unten haben wir noch Schalter für die Drittstufe und Schalter fürs Licht. Und dann haben wir die Sitze, die sehen wirklich, also die haben sie wirklich jetzt mal richtig gut hingebracht. Das sieht mal geschmackvoll aus. Also wirklich, erinnert mich ein bisschen an meinen, muss ich ehrlich sagen. Cool. Schränke, Schränke hier. Oh, schön mit Soft-Close. Sie geht sehr gut auf, da nicht. Nur in der Mitte. Kabel liegt schon drin. Und vorne das Sky-Roof natürlich. Hier fehlt mir jetzt natürlich meine Ablage, aber es hat schon was. Gerade wenn man so eine Doppelsitzbank hat, dann ist natürlich dieser Sky-Roof nicht schlecht hier. Wow. Macht was her. Wir haben hier ein, was haben wir denn hier, ein Zitrön mit Schaltgetriebe. Das ist schon hingeguckt. Da musste ich jetzt einfach mal reingehen. Einfach mal um die Sitzbank hier anzuschauen. Cool. Ja, dann haben wir unser Aufstelldach hier. Da oben ist natürlich eine riesen Liegewiese. Schaut euch das an. Der Apollo. Schauen wir mal hier unter die Matratze. Aha. Jawohl. Und dann schauen wir mal weiter hier. Schubladen. Ja, gut, da ist das Nötigste, was man so braucht. Wo ist denn der Kühlschrank? Der Kühlschrank ist da, logischerweise. Der Kühlschrank ist da. So, wir haben hier einen Kühlschrank von, äh, wie? Ein Refrigrohr. Ein Kühlschrank. Jawohl. Und das Bad. Schauen wir uns das Bad an. So, die Tür geht schon mal nicht weit auf hier. Ihr seht hier den Kunststoffbändel hier. Geht nicht weit auf. Also hier schon mal ein bisschen beengt reinzugehen. Aber hier drinnen ist es sehr geräumig. Wir haben hier kein Dachhäkel, aber ein Seitenfenster. Und wir haben hier wirklich eine schöne Nasszelle. Sehr pflegeleicht. Sehr pflegeleicht. Gut zum Waschen. Ich geh jetzt da mal nicht rein. Aber, ähm, ich hab hier drinnen auf jeden Fall Platz zum Duschen. Sollte kein Problem sein, ne? Schaut euch das an. Ja. Jawohl. Also kann man nicht motzen, ne? Ja, Clever hat nachgelegt, Leute. Clever hat nachgelegt. Jetzt gehen wir mal dahinter. Hier haben wir dann einen Querschläfer. So. Hier sieht man schon mal, was man für Platz hat, wenn man das Ganze als Transporter nutzt, ne? Wir haben hier natürlich richtig viel Platz. Kann man eine Waschmaschine transportieren, etc., etc. Und haben hier einfach einen Querschläfer drinnen, ne? Jawohl Stauraum ist auch viel. Aber mir gefällt schon mal hier, ähm, die Haptik. Da haben sie wirklich nachgelegt. Also stößt auch oben nicht an. Beim Zugehen muss man ein bisschen aufpassen. Das kleppert sonst. Äh, das knallt sonst zu. Aber ansonsten passt das soweit, ne? Also, da haben sie nachgelegt. Clever. Muss ich ganz ehrlich sagen. Top. Und auch hier, ihr seht schon die Scharniere, ne? Haben sie ein bisschen nachgelegt mit der Gasdruckfeder. Aber jetzt gehen wir hier raus. Äh, da wollen auch noch andere Leute rein. Von, ja, von hinten hier die Gasflaschen rein, ne? Also, da kann man schon einiges reinmachen, Peter, würde ich sagen, ne? Also, ich würde sagen, Clever hat ein bisschen nachgelegt, ne? Wir haben nachgelegt, ja. Was Qualität anbelangt, haben sie da nachgelegt. Auch hier die Polsterung. Hier seht schon, die Polsterung und auch die Türen, ne? Hier alles. Ich weiß nicht, ist da Isolierung da drunter? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Müssen wir mal fragen. Aber ansonsten, äh, ganz ehrlich, ähm, qualitativ eine Schippe draufgelegt, ne? So, mehr kann ich jetzt leider nicht zeigen. Hier ist einfach zu viel Betrieb, Leute. Aber einfach mal als Anreiz, schaut euch mal den an. Wenn ihr eine Familie habt mit zwei Kindern oder so, dann ist das eine absolute Option. So, liebe Campingfreunde. Also, ihr seht schon, hier mal wieder ein Apollo, fast wie meiner. Fast wie meiner hier. Ein bisschen heller gestaltet und schön ruhig jetzt. Boah, Messestress, ich kann euch sagen. Aber ihr zwei könnt ein Lied davon singen. Also, das, was ich an Stress erlebt habe hier und positive Stress, weil ich habe viele von euch getroffen, können die zwei natürlich nochmal multiplizieren. Wir haben hier Cora und Ralf. Also, ganz so schlimm ist es nicht, keine Sorge. Ist ja positiver Stress, hier die Autos anzuschauen und heute den Stand zu besuchen. Und ich habe ja selber auch mit uns Holz, das bei mir übrigens das Leitschiff. Du hast auch den Apollo, ne? Ja, genau. Du hast auch den Apollo. Wie bist du da drauf gekommen? Erzähl mal. Also, in erster Linie muss ich sagen, dass das auch Kunden von mir sind im Weingut und oft Flaschen von mir verschenken an Kunden. So kam das. Und dann habe ich irgendwann bei mir im Weingut, irgendwann in Slowenien, gibt es sehr, sehr viele, die Wohnmobile bauen. Und dann habe ich gesagt, ja, Ehenkunde von uns, super, super kleines, innovatives Unternehmen. Klein ist ja relativ und dann setzt mit dem mal hin. Das hat auch von Anfang an funktioniert. Ja, und dann sind wir jetzt erstmal hier hingekommen, aber im Balde wird es dann noch was Neues geben. Im Balde wird es was Neues geben. Das Schmunzeln beim Ralf, das interessiert mich natürlich als Van-Fan, logischerweise, ganz klar. Ralf, war doch schon auf Achse mit dem Apollo? Habt ihr schon richtig was erlebt? Also, ich natürlich schon. Ich noch nicht. Unser Sohn auch, der war jetzt eine Woche damit unterwegs, mit seiner Freundin mal. Und das funktioniert auch wirklich schön. Das Schöne an diesen Fahrzeugen ist, es ist halt sehr kompakt. Man kommt überall rein, kann auch mal Passstraßen fahren, kann auch mal in die Städte rein fahren und kann vor allem autark stehen bleiben. Bis auf die Klimaanlage muss ich sagen, ich brauche noch nie Strom. Also Kühlschrank, alles geht auf Strom und das funktioniert tatlos. Das ist natürlich immer der technische Teil. Wir Frauen, wir wollen natürlich immer was fürs Auge, das ist ja klar. Was fehlt dir denn bei Roberta Kau? Nein, eben witzigerweise gar nichts. Ich war ja wirklich baff, wie toll die eingerichtet sind. Das ist ein großartiges Holz. Weil wir Frauen, wir kaufen immer nach dem Auge. Männer gehen ja dann immer eher so nach der Technik, nach dem Stauraum, nach allem was da irgendwie so mit Schnickschnack-Elektronik und so weiter zu tun hat. Und wir Frauen, wir gucken nur, wo kommt noch ein pinkes Kissen hin? Hast du deinen Stempel schon aufdrücken können? Kommt noch. Okay. Ja, also der Ralf und die Cora, die haben hinten im Apollo ja eine Exitsgruppe drin. Also die haben kein normales Bett, wie ihr jetzt bei mir kennt, sondern ihr habt eine Exitsgruppe drin. Wahrscheinlich kannst du dann natürlich auf den Rennen, du bist ja Moderator bei Sky, Co-Moderator? Moderator, Experte, ja. Experte? Experte? Beides. Ja, also für mich ist halt immer nett, man kann hier vorne nett sitzen, gar keine Frage. Und das ist auch im Alltäglichen, wenn man zu zweit ist, ganz okay. Aber wenn man eben auf der Rennstrecke ist oder auch mal mit ein paar Kumpels abends ein Glas Wein trinken oder mal was essen will, dann bietet sich das dahin natürlich an. Ja, absolut. Wenn man rückwärts mal irgendwo hinfährt, ist ja gigantisch, die Füren sind auf, das macht viel Freude. Und deshalb, und beim Schlafen ist überhaupt kein Problem. Es geht innerhalb von, ich sag mal zwei Minuten, wenn überhaupt, dann macht man da wieder ein Bett draus und gut ist. Was natürlich auch interessant ist, sowas ist auch ganz easy von einer Frau zu bedienen. Ja, absolut. Also das ist auch gar kein Problem. Absolut. Bloß keine Angst vorhaben. Wirklich, die haben riesengroße Außenspiegel und man kann die Dinger sehr, sehr gut manövrieren. Bei mir ist auch alles ganz geblieben bis jetzt. Bist du schon gefahren? Ja, ich bin öfter schon mal große Dinger gefahren. Geil, geil. Nein, cool. Ich glaube, das Akibat habt ihr nicht, also das Schwenkbecken. Habt ihr nicht, oder? Doch, haben wir auch. Okay, also die zwei brauchen sie nicht. Also guckt euch die Figuren an. Du wirst wahrscheinlich immer noch in den Anzug passen, oder? Von damals. Oh so, halbwegs schon. Ja, ja, nein, nein. Es passt noch. Es passt noch, aber ja. Ich meine, klar muss man auch ehrlich sein, so ein Bart ist immer ein bisschen Kompromiss, weil so ein Auto ist halt immer 6,40 m lang mit allem. Und dementsprechend breit, aber geht eigentlich gut. Und auch mit dem Duschen funktioniert super. WC ist sowieso gut. Also ich bin damit happy. Also muss natürlich jeder für sich selbst. Ich sage euch nur, kommt mal vorbei auf der Messe. Schaut euch die Fahrzeuge selber an. Trotz allem muss ich jetzt noch fragen. Keine Angst. Jetzt kommt eine coole Frage. Kann man sich irgendwann in Zukunft freuen auf ein Van? Schon mit einem Ralf Schumacher Branding oder so? Also ich sage ja, das ist jetzt in der Pipeline. Das wird aber auch ein anderes Fahrzeug, eine andere Basis werden, weil ich eben doch gerne noch ein bisschen mehr Platz haben möchte. Also es wird ein Stern vorne drauf sein. So viel kann ich schon mal sagen. Und ja, es wird auch ein deutliches Stück länger werden, das Auto. Und ja, Bart wird größer. Es wird auch das Thema Wein mit integriert sein. Oha. Neueste Technik. Oha. Also es wird ganz gut, glaube ich. Und natürlich, das Wichtigste überhaupt, ist ein großer Kühlschrank. Nicht nur für den Wein. Und ein großer Schrank. Klar, Staubau. Weinkühlschrank dabei? Weinkühlschrank wird auch ein Thema sein. Aber es wird sehr interessant. Februar, März nächsten Jahres, denke ich. Was für Spezialisten? Und dann vielleicht auf dem Caravan Salon nächstes Jahr? Vorher wird das Fahrzeug fertig sein. Das ist so. Die ersten zwei. Das ist der Plan. Also mein eigenes und noch ein weiteres für die Haustellung. Also du kriegst auch eins, ne? Ja, natürlich. Nämlicherweise. Und ja, freue ich mich schon sehr drauf. Da freue ich mich natürlich mega, euch kennengelernt zu haben. Auch wenn es nur kurz war. Aber es ist ja mega sympathisch, so wie man sie kennt. Also mega sympathisch. Und vor allen Dingen habt ihr ja das geilste, den geilsten Van auf der Welt. Bitte keinen Shitstorm. Ich weiß, es gibt auch andere schöne Vans, logischerweise. Aber ihr könnt euch da mit Sicherheit nächstes Jahr auf was gefasst machen. Da kommt was, ne? Absolut. Daumen nach oben. Vielen Dank ihr zwei und viel Spaß noch. Danke. Absolut. .